Ja, hallo. Schön, wieder hier zu sein. Ja, Vater werden ist ja auch ein Zeichen der Hoffnung. Ich habe das viermal hinter mir. Deshalb auch eine Geschichte oder ein kleines Stück über die Hoffnung. Und das ist auch ein Stück mit Gemeindegesang sozusagen. Ich weiß nicht, kennt ihr das aus der Kirche? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitmachen an den Stellen, wo ich den Finger zeige. Okay, das Stück heißt Wie immer. Gestern Morgen ging ich in die Stadt, wo ich Arbeit und auch Ärger habe. Wie immer. Wie immer. Es ist egal, ich habe mich daran gewöhnt. Ich erwarte kaum, dass es besser wird. Nur schlimmer. Nur schlimmer. Warum sollte ich auch zweimal hinsehen? Nicht sprich dafür und ich tue es trotzdem. Was sehe ich? Was sehe ich? Eine Blume im Asphalt, da war die Asche doch schon kalt. Ja, du bringst das Glück zurück für einen Augenblick, für einen Augenblick. Gestern Abend hatte ich das Gefühl, die Zweisamkeit, die bringt nicht viel. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Die schöne Zeit mit dir allein ist wie ewig ständig glücklich sein. Nur schlimmer. Nur schlimmer. Nur schlimmer. Nur schlimmer. Doch ich glaub mich, naht die Zuversicht. In den Trümmern scheinbar brennt noch Licht. Was sehe ich? Was sehe ich? Was sehe ich? Was sehe ich? Eine Blume im Asphalt, da war die Asche doch schon kalt. Ja, du bringst das Glück zurück für einen Augenblick, für einen Augenblick. Und heute Nacht überfiel mich dann im Traum ein Faun. Kennt ihr ein Faun? Wikipedia sagt, der Faun ist der Geist des Waldes. Faun tritt auf als schöner Jüngling, meistens nackt, oder auch als Gehörnter mit Pferdefuß. Und er ist der Herrscher der Träume, der bösen Träume. Ach, lieber Faun, ich bitte dich, entführe mich nicht, ich fürchte mich. Wie immer. Wie immer. Und dann folg ich ihm doch williglich in sein Dickicht. Denn das Jammern und Gewimmer, das macht es doch nur schlimmer. Nur schlimmer. Es singen die Männer. Und was zeigt mir der Faun? Ihr glaubt es kaum. Am Rand der Welt, da steht ein Zaun. Da kann man in den Abgrund schauen. Was sehe ich? Was sehe ich? Eine Blume im Asphalt, da war die Jasche doch schon kalt. Ja, du bringst das Glück zurück für einen Augenblick, für einen Augenblick. Und heute Morgen komm ich dann vorbei beim Blumenshop am Bahnsteig 2. Wie immer. Wie immer. Und es geht mir wie den Nelken. Geschnitten zum Verwelken. Inszeniert und arrangiert. Illuminiert und dekoriert. Nur schlimmer. Nur schlimmer. Und ich mach mir ernsthaft Sorgen. Wo bist du nur verborgen? In dem kalten Glanz und Glimmer. Mit deinem warmen Schimmer. Was sehe ich? Was sehe ich? Dich. Okay. Was sehe ich? Was sehe ich? Bleiben guerre. Der excited. Vielen Dank.